Die nächste Song, die wir spielen werden, ist direkt The Door to the Unknown. Wir fahren jetzt hoch zu Haus an die Küste. Ich wollte gerne, dass The Door auch ein bisschen die Musik beeinflusst und die Küste beeinflusst mich. Er ist manchmal ein extrem sturer Esel. Das hat positive und negative Eigenschaften. Eigentlich jedes Mal, wenn ich mit dem irgendwas zu tun habe. Also man kann mit Stefan nicht arbeiten, ohne sich permanent totzulachen. Ich habe gedacht, was für eine abgefahrene Idee. Schon als ich die erste Werbung gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich toll. Aber wie passt die Band auf das Fahrrad? Stefan ist Stefan. Er ist auch eine Erscheinung natürlich und auch ein Typ, der so auffällt durch seine Haare, seinen Bart. Es fing an für knapp zwei Jahre her, ich wollte das alles kombinieren mit Radfahren und ich dachte, nach all den Jahren jetzt ist es langsam Zeitauf was Gutes zu machen. Ich glaube, das können wir alle tun. dafür muss man nicht reich und berühmt sein. Ich glaube, das kann man einfach nur machen, wenn man das will. Ich mache einen Film. Das war's! Das war's! Das war's! Sie haben uns sehr, sehr gut. Nichts殊gebeträt. Das war's! Das war's! Das war's! Vielen Dank.